Siehst du diese Karte hier? Jede dieser Städte hier, Dayton, Hamilton, Cincinnati, hat Verbrechen gemeldet, bei denen Landstreicher verdächtigt werden. Sie bieten jedem 150 Dollar, der einen Landstreicher eines Verbrechens überfügt. Und jetzt sag mir eins, wer zahlt auch nur einen Cent, um zu lesen, dass Landstreicher gute Menschen sind? Das ist genau der Grund, wieso sie es jetzt hören sollten. Ich will dir einen Rat geben. Manchmal musst du eben genau den Ton spielen, den das Publikum hören möchte. Ich will dir einen Rat geben.